Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Redezeit heute beträgt ganze drei Minuten. Für einen Menschen ein sehr kurzer Zeitraum, für einen Hochleistungsrechner eine Ewigkeit. Würde ich meine Rede im Jahr 2118 halten, dann hätten Sie vielleicht schon alle biokompatible Chips in Ihren Gehirnen implantiert, die es meinem Chip erlauben, in drei Minuten ganze Gigabytes an Informationen an Sie zu übermitteln, die Sie dann als menschliche Sprache oder auch als Bilder dekodieren. Ja, vielleicht eine Schreckensvision für Sie, weil Sie so viel Information von der AfD gar nicht haben wollen. Das mag sein. Aber Spaß beiseite. Diese Science-Fiction, die durch KI-Forschung in den Bereich des Denkbaren gerückt ist, ist faszinierend und zugleich beunruhigend. Welche Möglichkeiten der Manipulation des Denkens der Bürger eröffnen sich einem politischen Regime oder kriminellen Akteuren, wenn Mensch und Maschine derart verkoppelt sind? Die tagtägliche Manipulation der Bürger durch unsere Staatsmedien ist geradezu steinzeitlich primitiv dagegen. Was bedeutet es für die Identität des Menschen, wenn natürliche Intelligenz ohne Hilfe der Künstlichen nicht einmal den Standardanforderungen der Gesellschaft, der Bildung, der Arbeitswelt mehr gerecht wird? Wie steht es dann noch um die Autonomie des Subjekts, um die Freiheit des mündigen Staatsbürgers? Was bedeutet es für die Gesellschaft, wenn lebenswichtige Entscheidungen nicht mehr von Menschen, sondern von Algorithmen getroffen werden? Und ich glaube, das klamme Gefühl, das das autonome Fahren bei jedem Automobilliebhaber auslöst, gibt einen Vorgeschmack auf drohende Autonomieverluste in der digitalen Zukunft. In meiner Drei-Minuten-Rede des Jahres 2118 könnte ich auf all diese Fragen zu elaborierten philosophischen Antworten ausholen. Im steinzeitlichen Hier und Heute bleibt mir nur die Konklusio. Wir müssen die Herausforderung der KI annehmen. Wir müssen mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sogar eine Führungsrolle einnehmen. Aber es wird darauf ankommen, unsere humanistische Tradition, das christliche Menschenbild, in das digitale Zeitalter zu überführen, sodass weiterhin selbstbestimmtes Leben für die Individuen und für die Gesellschaft möglich ist. Und wo, wenn nicht in Europa und Deutschland sollen entsprechende Standards entwickelt werden? Wir dürfen die Schlüsseltechnologie KI nicht China oder den USA überlassen, meine Damen und Herren. Die AfD begrüßt daher die Einrichtung einer Enquetekommission zur Künstlichen Intelligenz. Ich freue mich besonders auf die ethischen und damit philosophischen Diskussionen, die durchaus öffentlich stattfinden sollten, werte Kollegen von den Grünen. Wir bedauern nur, als Fraktion nicht gefragt worden zu sein, ob wir den Antrag mitzeichnen sollen. Man munkelt auf den Fluren. Frau Merkel habe dies verboten. Wie gut, wie gut, dass Merkel bald Geschichte ist, möge sie auch als Avatar niemals wiederkehren. Vielen Dank. Vielen Dank.